Zurück mit Robin und Lee. Wir haben ja hier ein kleines Mysterium zu klären, nämlich wer klaut unsere Vorräte. Wir sind auf der Spur oder auf der Suche nach den rosa Kreide und die führt hier unten nach draußen. Duck wird auf jeden Fall hier warten. Wir schauen uns mal draußen um. Mal sehen, was wir da so finden. Und Abgang. Na, das ist ja schon mal ganz gut. Gut, also in den Wald kann ich nicht. Und da ist irgendwas dahinter. Ah, ja. Ah, krieg ich mir ja Gänsehaut. Boah, die Mucke, ey. Ja, ja. Ja. Okay, wir lineern alle zusammen. Alle. Niemand wird uns töten. Die Steilung von dieser Suppe ist das gleiche als in deinem Raum in die Nacht und deinen Rücken zu spüren. Was ist die Unterschiede? Was ist, wenn Clementine krank wird und wir nicht haben, was wir brauchen? Was zur Hölle? Kein verdammter Steil! Wer ist das denn? Wir haben unsere Leute hier raus! Wir sind nicht so rum! Schau! Sie werden in die Tür zu spüren. Wer ist das denn? Was? Geh einfach, was es braucht, um ihn zu drücken zu lassen. Du hast den größten Mist in deinem Leben gemacht! Du hast keine Angst! Du hast keine Angst! Du hast keine Angst! Ja! Geh einfach! Geh einfach! Geh einfach! Warum machst du das? Lass uns einfach nur alleine! Warum? Diese Scheiße! Warum? Weil wir haben uns! Das ist warum! Wir können die Vorräte teilen, wir belassen euch alles! Was wollt ihr von uns? Was wird es dauern, um einen Deal zu erreichen? Überraschend so viel, als du uns dann gegeben hast. Du hast es geschafft! Ist das so? Ich glaube, wir sollten dann ein paar Terme ausbauen. Ich mag keine Hand. Dann schau mal! Oh Gott! Geh los! Keine Arsch! Schaut euch mit unseren Menschen, und holt euch die Arten! Gut, na dann klappt der Aufbruch ja jetzt doch plötzlich ganz schnell. Ähm. Eins. Da war doch noch einer. Komm schon, komm schon, komm schon. Parts weg. Nun steig ein, Mensch. Halt die Fresse. Clementine. Oh Gott. Oh, jetzt kommen auch noch Klicker. Ach, Klicker. Da war ich grad bei The Last of Us, äh. Zombies. Eins. Zwei. Noch einer, noch einer, noch einer. Da ist noch einer. Oh Gott sei Dank. Wenigstens ist Clementine erstmal in Sicherheit. Oh nein. Fuck, 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 fuck. Ist er halt safe? Ist er halt safe? Pfff. Lily, get it for me. Screw her, let her stay. Shit. Oh, Kali ist Gott sei Dank auch eine echt coole Sau. Patz. 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 So, wieder andere Seite. Lily macht da offenbar gar nichts. Sag mal. Eins. Zwo. Und wieder die andere Seite. Drei. Und wieder die andere Seite. Sehr schön. Was ist denn jetzt mit Lily? Na nun, komm schon, Mensch. Und weg. Und weg. Scheiße, Ben hat ja auch noch Wache, ja. Scheiße, Ben hat ja auch noch Wache, ja. 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 Und wieder. Und wer hat ja auch noch Wache, wer hat ja auch noch Wache. Wer hat ja auch noch Wache. Ich habe meine Gefühle gehabt. Wahrscheinlich nicht die beste Zeit, Lilly. Wenn nicht jetzt. Carly ist glaubwürdig. Ist das ein Traitor, Lilly? Danke, Lee. Sie kann seine eigenen Kriege kämpfen. Den kann man leicht einschüchtern. Schau, vielleicht sollten wir wählen oder so etwas. Wählen? Was? Schau, Carly ist eine Stand-up-Gal und vielleicht war das alles nur ein Fehler. Wir müssen nach den Fakten schauen. Schauen wir uns, wir essen und wir haben mit dem. Ja, das machen wir. Okay? Lilly, stoppen die Finger auf alle. Wir wissen, dass etwas passiert ist und wir können nach dem Boden kommen, wenn wir unsere Hände halten. Ich weiß, was wir gefunden haben. Ich weiß, Lilly. Ich weiß. Niemand hat nichts zu holen. War es beide von euch? Was? Ich habe sie zwei zusammen gesehen. War es beide von euch? Schau, lass mich einfach raus. Ich habe es nicht gemacht, aber ich mag es nicht. Ich mag es nicht, wo es geht. Schau mir in die Augen und sag mir, dass du nichts zu tun hast. Lilly, schau ihn aus. Ich... Wow! Oh! Oh! Kann er nicht auf die Straße gucken? Okay, gut. Wir können das jetzt mitmachen. Oh, diese paranoide Scheiße von... Lilly geht mir richtig auf die Eier. Lilly, weg! Weg! Wahrscheinlich war es jetzt sogar selber. Kenny, die R.V. hat ein paar Flüssigvermögen, aber es ist ein Walker hinter mir. Gott sei Dank. Alles, alles gut. Alles, alles gut. Alles, alles gut. Ich weiß nicht, wir sollten uns nur dich rauskennen. Wir sollten uns hören, was jeder denkt. Wir sollten uns hören, was jeder denkt. Wir denken, dass ihr sich rauskern! Ich sage, dass du dich entspannst. Ich will nicht das nehmen. Du kannst Ben entspannst du dich, aber ich kann nicht entspannst du mich. Ich bin wirklich sorry, wenn du dich das so nicht. Ich bin zu denken, dass du das beide. Ich habe zu verstehen, wenn du dich bist. Du bist da schlöpflöger. Du bist da oben? Ja, ja. Sonne der Mensch. Um... I'll do watches for money. Ha, the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. Just think any of that is good now? Just let me stay, please. Stop panicking. Seriously, Finn. You need to stop and just take a breath. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough about you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Finn, you have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this, you're torturing him. No! Finn, stop. This is about trust and I've never trusted you. They, they are. I can't, Lee. You know I can't. Thank you, Lee. Please, listen to him. Please, don't kick me out of the group. We won't. Tell me. Now. There! I got it. Please, let's just get back in the army. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for one. Now, what the fuck is the problem with you? Huh? Was? Oh, diese verf... verf... verfickte Hure. Oh, the fuck. Kenny! What's happening? Get away from the windows! Jesus Christ! Get in! We're leaving this crazy bitch! She couldn't be trusted, Lee. I swear. Please. You're not coming with us. Okay, come here. You're a murderer, Lily. We can't have you with us. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. I don't care what he did before. You know? Yeah, he told me. I don't give a shit. If we keep you with us, how long until you get me? I was trying to protect all of us. I don't have anything left. Get in, Lee. Let's go, you guys. Let's go, you guys. Ah, I've got him. Let's go, Leigh. I can't do that. So. Chou. Ah, das war. Ah, das war. Ah, das war. Warum kann nicht einmal einfach alles mal glatt gehen? Ja. Ja, das war. 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 Ja, das war, das war. Ja, das war. Ja, das war. Ich denke, das ist eine Sicherheit. Diese Brücke wird nichts von uns verbrechen. Warum nicht du und ich schauen? Ja, alle anderen relaxen. Clef, sind sie nahe zu Kinney und Kat, okay? Lee, wenn du etwas verletzt hast, wenn du ein Auto zu essen hast, ich denke, das ist ein bisschen gehydraten. Es ist gefährlich, Alan. Sei vorsichtig in da. Was? Du denkst, da könnte etwas gefährliches sein, in einem verabschiedeten Lokomotiv? Das habe ich mir nicht verletzt. Schuhe. Wow. Jemand hat hier leben. Ja, Mann. Scheiße. Ich denke, sie sind weg? Ich hoffe so. Aber das sieht schon seitens benutzt. Bleib auf dem Schraub, und hab deine Garten auf. Und mach's diesmal besser als beim letzten Mal, bitte. Hier mal was zu trinken. Okay. Ich nehme das an Katja. Wir werden sterben. Oh. 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 Ich denke, diese Garten könnten auf die Flucht führen. Lauf 27. Savannah. Das ist, wo Kenny uns fährt. Das ist cool, dann könnten wir vielleicht auch einfach den Zug nehmen, ja, da geht's noch weiter. Vielleicht, wenn ihr jetzt wirklich noch fährt, was ist das, Maschinenraum, ich hab zwar keine Ahnung von so weit und Lee wahrscheinlich auch nicht. Wollte ich mir jetzt sagen, dass an soweit eine Lokomotive anspringt, wär auch zu krass gewesen. Gut, dann erst mal raus, was ist hier nochmal, ja, nein, du machst doch gleich auf, so wie sieht's hier aus, irgendwelches Werkzeug, das nehmen wir uns am besten mal mit, scheint der für irgendwas, auf jeden Fall mindestens als Waffe kann man nicht benutzen, noch mehr mitnehmen, jep. Ach, ich muss mich jetzt entscheiden. Ja, dann behalten wir den. So, hier ist auch noch was. Na, da hat sich das ja zumindest schon mal gelohnt. sehr schön. Und die letzte Tür. Auch nischt. Okay. Der ist doch bestimmt am Start. Na, wir nehmen einfach den Rohrstock und, ne, erschießen wir nicht genau, wir schlagen den. ein. Und patz. Ich glaub, wir hauen einfach lieber nochmal drauf, oder? Das sieht auf jeden Fall fettig aus. Ah, Familie gehabt. Ich glaub nicht, dass dieser Mann zurückkommt. Christ. Das Licht ist weg. Pusche es. Pusche es? Warum nicht? Bist du wirklich ernsthaft? Hier, schau. Okay, cool, aber was wäre, wenn er jetzt einfach losgefahren wäre? Dieser Mann funktioniert? Sieht so. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Wie ist das denn? Wie machen wir es los? Ich weiß nicht. Das ist Herr Amtrak hier. Keine Ahnung. Wir haben das in der Boxkarte gefunden. Woah, ist das so, wie es aussieht? Ich glaube nicht. Dieser Mann wird uns direkt nach Savannah nehmen. 100 Tonnen Stahl. Wir legen 1.000 Walkern zwischen uns und dem Ozean und wir müssen keine Ahnung geben. Ich glaub nicht. Was ist mit Doug? Ich glaub nichts dagegen, Walker um zu pflügen. Was ist mit Doug? Was ist mit ihm? Wir können nicht so, wie es nichts passiert hat. Wir können nicht so, wie er tot ist. Okay, genug. Ich versuche, das Ding zu beginnen. Es muss eine Art Manual sein oder was. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist der Geist. Man, wenn du ein Augenblick auf die Mädchen und Doug hattest, würde ich es empfehlen. Ich werde mit diesen Kontrollen Sinn machen. Man, das könnte genau was wir brauchen. Das ist das Geist. Man, das ist das Geist. Untertitelung des ZDF, 2020